Dann müssen Brosses noch einmal auf die Bühne. Das große Finale beginnt. Wir sind da gerade, Brosses, Kiel. Wollt ihr nochmal einen liefern von Brosses? Dann würde ich sagen, gibt es das jetzt für euch? Viel Spaß! Vor einem halben Jahr kamen über 11.000 junge Menschen zu den Castings. Sie alle hatten einen Traum. Sie wollten Popstars werden. Unter ihnen waren Hila, Indira, Ross, Fais, Giovanni und Shayem. Damals wagten sie noch nicht zu glauben, dass sie es schaffen könnten. Doch sie kamen durch alle Runden. Sie haben den Workshop auf Ibiza und die Bandentscheidung in München hinter sich gebracht. Sie haben bei ihrem Auftritt bei The Dome 14.000 Fans begeistert. Beim großen Finale singen alle ihren Song I Believe. Jetzt sind sie Stars. Popstars. Ob sie es selbst schon glauben können oder nicht, ihr Traum ist wahr geworden. In derา繹 mir ist es ziemlich positiv. Pr frage ich ihn ja. Wie ist das placed? Hier geht's Oh, does that believe in you?